Hallo, mein Name ist Lars Riedl. Ich habe sehr lange Discus geworfen und dort auch relativ große Erfolge gefeiert. Olympiasieger, Fünfer Weltmeister und so weiter und so weiter. Ich wende mich heute an euch, weil ich das einfach ganz, ganz toll finde, was in Kreisheim passiert. Ich selber war in den letzten Jahren sehr oft in Kreisheim gewesen, habe da gute Freunde, bin da auch beim neu entstehenden Medi-College, was jetzt schon fast fertig ist. Ja, so ein bisschen Botschafter und ja, Nina und Stefan sind Freunde von uns, sodass ich natürlich auch gerne in diese Stadt fahre und als ich jetzt mitbekommen habe, was dort Tolles geleistet wird mit diesen 24 Weihnachtswundern und das wirklich eigentlich in so einer Zeit wie heute, dass die Starken den Schwachen helfen, das finde ich halt ganz, ganz klasse. Ich bin ja sehr viel im Charity-Bereich unterwegs und vielen herzlichen Dank an die vielen Firmen, und Unternehmen, die damit teilnehmen und die dort tolle Arbeit leisten, die haben ja bestimmt jetzt auch nicht ganz so viel zu lachen, manche Unternehmen. Und trotzdem merken sie, dass sozial was getan werden muss und das finde ich großartig. Ganz großen Dank, Hochachtung, Respekt und ja, wenn sowas in der Region stattfindet, dass die einen den anderen helfen, dann ist das immer eine große Sache. Also von mir nochmal schöne Feiertage und bis dann. Ciao!